Hey, ich bin Stella. Ich habe mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie war es am Sonntag? Ja, klar. Super. Okay. Ich habe mich dreht, was ich hier erste Mal? Ich habe mich überrasen, was ich hier steht? Ich habe mich überrasen, was ich hier sehe? Ich habe mich überrasen, was ich hier habe? Das ist diegültige, was das? Was der Schatz? Mike hat sich hierhergeckt. Was ist das denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017